Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Part, Mario Kart 8, wieder mit Andi. Ja, hallo Leute. Ich werde stur auf meinem Zucker Canyon bleiben. Jetzt kommt Part 3, jetzt kommt Erzucker ab 3.0. Boah, ich nehme eine schöne Strecke. Na ja, die ist schön. Und den Soffi. Ich nehme jemanden, der genau so ein Gesicht hat wie du. Echt? Bin ja gespannt, was du einen hässlichen genommen hast. Ich habe einen gesichtslosen genommen. Klar, was, nö. Hast du einen Scheiger oder was? Absolutt korrekt. Ich habe Donkey Kong einfach mal genommen. Ich dachte, mir gönne ich mir einfach mal den Typen. Boah, Handy, Heizmaul. Ich sehe dich nicht mal. Und seh euch mit dem überhaupt irgendwas kann mit den Typen. Übrigens normale Items wieder. Ja, ist auch gut so. Ja, 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 weil es so viele Probleme gemacht hat. Ja. Ich mache dich weg. Schade doch nicht. Juhu, ich bin Donkey Kong. Ich bin bescheuert, denn ich bin Donkey Kong. Was? Ich habe eine Banane und bin Donkey Kong. Na ja, nur eine Schale. Egal, er hat so die Banane schon aufgegessen. Er konnte ihr nicht widerstehen. Das ist, äh, Donkey Kong ist der Hauptlieferant von MK8 für Bananenshow, halt. Ja, genau. Alter, hat der gerade einen Swag-Move gemacht, Donkey Kong. Yo, es geht nicht. Boah, schade. Ach, leck mich doch. Wuii, wuii. So bist du lustig. Ja, ich kann euch darauf reinfallen. Schade, es wäre so cool gewesen. Hätte ich nicht damals jetzt gemacht. Schnee von gestern, dieser Trick. Ja, ich fahre die Route, wo du fährst. Dann habe ich Chancen, dich zu ownen. Mit einem Grünen. Oh yeah. Ach ja, genau. Mal wieder scheiß Netcode. Der war aber wirklich knapp. Ja, bei dir habe ich mich volle Kanne geohnt. Typischer Netcode, ich liebe ihn. Echt? Heiratet ihn. Hm. Na ja. Ich habe Skill-Move bewiesen. Skill-Move, schwörst du? Netter Versuch. Schade. Boah, jetzt kriegen wir... Wir sind so nah aneinander, dass keiner von uns gescheite Item kriegt. Ja. Schade. Na, nicht mal jetzt. Die Eke. Die Eke. Die Eke. Ja, ja. Ich habe es verspielt. Ich weiß. Die Eke ist lustig, also. Ich zock den Typen nie, aber ich dachte mir einfach, den muss ich mal zocken, weil es irgendwie lustig ist. Ich will halt irgendwie ein bisschen Abkürzung reinbringen. Ich will mir selber stellen, weil mit schwerem Gewicht, dann kann ich nicht gut soffeln. War nicht fair. War nicht fair, war ein Standardspruch. Mä, mä, mä. Ihr Glück. Das heißt, hier war nicht fair. Ich habe dich mit Skill-Move wieder eingeholt. Hey, da will jetzt auch die Wachio-Affakt bestehen, ne? Hm. Link ist leider sehr schlecht gewesen. Pff, 10. Gar nicht für Link. Los, Siky. Alle drei Punkte. Zeig dein Skill. Boom. Nee. Weißt du, bei mir war es wirklich boom. Hast du fehlstattet schon wieder? Was? Nein. Hat man nicht gesehen. Weißt du, man ist so richtig schlecht gecuttet. Auf einmal fahre ich. Wow. Zum Glück hatte ich einen roten dran. Ich kann echt coolen Stunts, muss man zugeben. G.K. Behindert. Was? G.K. Ist ein krasser Typ. Boah. Ich habe gerade fast ein High-Five mit den lieben Herren Cheep-Cheep gemacht. Ey, jetzt kommt ja wieder so eine rote, ne? Hey, ne? Fühlst du dich zu cool oder was? Habe ich dich getroffen? Ja, weil ich meine Items immer gerne ablege, um dich zu ordnen. WTF? Weil du ja so oft in Sachen reinfährst. Vor allem... So oft. Ja. Vor allem, ich war einfach meilenweit von dir weg. Ja, nochmal. Guck mal. Wow, fuck. Ach komm, du cheatest ja mal wieder. Hast du die Banane da gelegt? Ich bin die K. Klar, dass ich die Bananen lege. Okay, den roten nehme ich mir auf, dass ich hinter dir bin. Hm, kannst du machen. Ach man. So viel dazu, oder was? Ich verarschen hinter dir schon längst, aber ich habe ja auch gesehen, dass du eine Banane hattest. Schade. Hast du auch noch eine Münze? Wow, Windschatten! Ja! Ey, jetzt kriege ich schon... Ne, ich habe die rote Garza gegen die Banane gelockt. Schade. Oh, schauen wir, was da für dich kommt. Hui! Aber wie du nach links ausweichen musst, damit du nicht auch getroffen wirst. Ja. Habe ich gesehen, wie du da irgendwie gerade noch rübergekommen bist. Boah, scheiß Bumerang. Alter. Ey, diese roten, ne? Was soll ich sagen? Ich kriege hier... Ich habe drei oder vier oder so in dem Rennen abgekriegt. Ja, zwei davon waren von mir. Drei von mir. Uh. Jetzt verhalte ich das Item bis zum Ende. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Der Shige. Shige. Echt, du hast den Schweiger. Keine Ahnung, warum. Weil er genauso gesichtslös ist wie du. Oh, fuck. Ich höre dich nicht. Nein. Ey. Ja, jetzt hörst du dich selber. Warte kurz. Ne, hu. Geht's halt. Ey, ich habe dich auch gerade die ganze Zeit gehört. Wie du rumgeschrien hast. Aha, jetzt hörst du dich selber. Was? Ja. Habe ich tatsächlich. Oh, dritte Strecke. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Geh aus. Dankeschön. So, jetzt kommt hier ein geiler, wilder Wöpfelweg, Junge. Wobei, so wild finde ich jetzt auch nicht. Im 200er ist er ganz schön. Ganz schön schwer. Ne, das ist eine der angenehmsten Strecke im 200er, finde ich. Was? Bist du bescheuert? Ah, 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 ah. TK, TK war zu lange auf dem Gas. TK war zu lange auf dem Gas und wurde abgefuckt. Ja. So richtig. Boah, ich bin erst und habe eine... Ha, 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 ich habe selbst eine rote. Tja, den musst du wegmachen, den roten. Oh. Das finde ich ganz gut, dass der weg ist, weil auf dem ersten Platz in den roten Samus schon immer eine gefährliche Geschichte. Jetzt kriege ich noch einen Schallen. in den Münster. Und eine Banane. Oh mein, oh mein. Weißt, es wäre so... Das wäre so cool, wenn es wirklich einen Decay-Faktor gibt, dass er mehr Bananen kriegt. Das wäre echt lustig. Einfach so. Tja, musste ich kurz abdremmen, weil ich wollte nicht in das Kackling reinfahren. Also sie war schon gut platziert anscheinend. Ne, es ist halt zweiter Fallblumer. Ah, nur einer. Nur einer hat wirklich getroffen. Alter, dieser scheiß Blutpfanne. Hat er dich jetzt... Ich weiß nicht, wie man dadurch gestört werden kann. Also... In dem Teil okay, wegen der Sicht. Das hätte ich erst mal getroffen. Aber wirklich störend finde ich den nicht. Tja, ich schon... Oh, Blitz. What the fuck? What the fuck? Was ist denn? Du hattest keine grüne, oder? Doch, ich hab die nach hinten geworfen, weil der noch schnell, weil der Blitz kam. Fuck. Hab ich dich mit einer getroffen? Ja. Nice. Da macht BK wieder seinen Swag-Move. Der macht immer so dieses, was so viele heute machen. Ich hab Toadette in der Luft mit einer Bombe abgeknallt. Bin aber selber dadurch runtergefallen. Hat es genau auf die Presse draufgeworfen? Na, hinten drauf. What the fuck? Wir haben... Äh, fünfter... Äh, also drei bis fünf hatten gerade alle... Äh, drei... Äh, Pilze. Und ich bin trotzdem noch zweiter. Töte 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 Tö Und, kommt er? Kommt er? Kommt er? Das ist die letzte Wahl? Tatsächlich, Andy Cup! Ach du Scheiße! Niemand hätte gedacht, dass er kommt. Oh yeah, der erste Andy Gamer Cup. Ich hab schon zwei. Ich weiß. Aber das erste ist, musst du den Part schon nach Andy Gamer Cup genennen. Nja, der Donkey Kong-Song. Ich höre ihn schon. Im Hintergrund. D.K. Donkey Kong. D.K. Donkey Kong is here. Ach Gott. Alter Multizerstörung. Erst gegen das Pocky-Ding und dann ziehst du dich mit der Banane oder was auch immer noch zu stören. Ja, Banane. Ey, wenn du mich damit nervst, todet mit dieser scheiß Boomerang-Pflanze. Dann hagelt's aber was. Ich hätte nicht ausmachen sollen. Scheiße! Ja, genau. Du hast ja genau. Ich wurde getroffen. Nice. Weißt du, und du wieder nicht? Ich hab's wieder auf den Schlusspunkte bei mir gemacht. Speedy! Schnappi, schnapp, schnapp! Schnappi, schnapp, schnapp! Schnappi, schnapp! Das Ding hat sich auch gerade... Schnappi, schnapp, schnapp! Oh, Mann. Sato Dead weggeschnappt. Da fallen die... Da fallen... Nein! Du hast Villager getroffen! Wen hab ich getroffen? Villager, ich hab ihn auf... Ich hab ihn drehen sehen. Es ist schwer, diese Kurven hier mit dem Schwergewicht zu nehmen. Das ist heftig. Mhm. Sicherlich. Es liegt am Schwergewicht. Boah! Was war das für ein Boomerang? Der hat mich fast getroffen. Was? Echt jetzt? Ja, der ist ganz knapp von mir vorbeigesehen. Der war vom... Hm, ja. Der fliegt ja beim dritten Wurf dann noch ewig weiter. Wer hat denn hier schon wieder drei Rote? Das könnte ich gewesen sein. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Okay. Wenn man diese drei Roten sieht, ne? Denkt sich die auch wieder nur so viel Schiss. Dö-dam. 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 Scheiße. Scheiße. Boah, der hat schon wieder einen Blitz. Was? Zwei Leute haben Blitz? Wo the fuck? Wer sitzt den Erster ein? Hi, 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 hi. Ich werd dritter, ich werd dritter. Komm, komm, komm. Das war ja noch ne Runde. Ja, ich achte aber auch auf die Runden, äh, Runden, Platzierungen. Dö-dam. Ja, aber da ja noch ne Runde ist. Dö-dam. 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 Alter, wie ich aufgeholt hab. Ja, DK fährt's halt nicht so gut in dem Ding. Ich fahr die Quads, ich fahr meistens Bikes oder Karts gelegentlich aber Quads nicht. Mhm, da von Marien ist geil, direkt gegen die Wand geflogen. Oh, da wollte er tricksen. Ja! Ich war trotzig. Juhu! Ich habe wieder mal eine Runde gewonnen. Endlich mal der Andy Gamer Cup, hol dir mal Zeit. Weißt du, ich hatte mal wieder als zweiter einen Stern. Ja, du bist aber auch ein Cheater. Ich meine, du kennst dich ja gut aus mit Hacken und so eine Scheiße, deswegen... Weißt du, wenn es jemand wirklich schafft... Weißt du, ihr müsst auch fast noch stehen, der hackt euch gerne mal. Wenn es wirklich jemand schafft, ein Nintendo-Spiel zu hacken... Beziehungsweise, wer sich die Arbeit dafür macht, der ist bescheuert. Er hat sie gemacht, Leute. Also, Daumen runter. Spaß. Ja, sicherlich. Gut, das war's wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei einem neuen Part. Mario gedacht mit Andi. Ciao, Leute. Schön noch am Trinken. Tschüss. Tschüss.